Das Glashaus gibt es nunmehr seit fast 25 Jahren. Wir haben uns dem schönen Material Glas verschrieben. Die alte Tradition der Schwarzwälder Glasbläserei wird hier an der Weinstraße in Ballrechten-Tottigen neu interpretiert. Altes Handwerk, modernes Design. Geograstinat lässt uns an der Entstehung eines modernen Designs in seiner Werkstatt zusehen. Wir erleben, wie sich eine Glasschale vom einfachen Glasrohstoff zum fertigen Produkt mausert. Diese Technik hier, das nennt man das Glasblasen vor der Lampe. Diese Stilze gerichtet. Schlechter Wärmeleiter, insofern das hier auch noch in der Hand halten, auch wenn es da vorne jetzt die 1500 Grad hat. Langsam unterziehen und drehen. Das Rohr verjüngen. Ein bisschen aufgewärmt. Greifen, rausziehen, weiter drehen. Die Glasblasen an der Stelle sehr dünn. Die Glasblasen an der Stelle sehr dünn. Ich habe mit dem Feuer mein erstes Werkzeugleinsatz. Soll er es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017